Hallo Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Runde Jahresfavoriten 2023 und heute. Nur das Beste aus dem High-End, ja aus dem Luxusbereich. Ich freue mich sehr auf diesen Look, denn der wird Luxus pur. Wir werden wieder aussehen wie eine reiche Dame vom Maximilianplatz aus München. Riechen tun wir eh schon so. Deswegen freue ich mich ganz doll auf dieses Video. Ich hoffe es geht euch gut und ich hoffe ihr habt alle eine wunderschöne Woche. Oder einen wunderschönen Tag gehabt, je nachdem wann ihr das Video seht. Ihr hört das ein bisschen, ich glaube man sieht es mir auch ein bisschen an. Ich bin ein bisschen krank, hindert mich aber nicht daran, mir ein wunderschönes Make-up ins Gesicht zu bringen. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und starten auch direkt. Denn wir haben hier wirklich alles. Von Charlotte Tilbury bis Yves Saint Laurent, bei Terry Hermès und Natasha Denona ist alles mit dabei. Let's go! Ich glaube man sieht mir die letzten Wochen an. Es war sehr sehr viel und ich bin wirklich wirklich fix und fertig. Aber manchmal ist es ganz gut, sich einfach hinzusetzen, ein schönes Make-up ins Gesicht zu bringen und zu schauen, was man Schönes zaubern kann. Und deswegen habe ich hier für euch die wirklich besten High-End Luxus Produkte des Jahres, die ich rauf und runter getragen habe. Einige sind erst in den vergangenen zwei Monaten dazu gekommen, haben aber so viel gut gemacht, dass die sich wirklich zu meinen Jahresfavoriten hochgekämpft haben. Ich zeige euch auch immer mal vielleicht wieder so eine Alternative, beispielsweise zur Foundation. Ich habe mich jetzt aber auch auf Produkte fokussiert, die ich so in Kombination auch gut tragen kann. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch direkt mit dem ersten. Und das ist kein Make-up-Produkt, sondern ich weiß gar nicht, als was man es so ein bisschen beschreiben kann. Ihr kennt sie bestimmt. Ich kenne diese Creme, seitdem ich 13 bin. Eine damalige Freundin von mir, die Mutter hatte ihr immer diese Creme mit in die Schule gegeben, weil sie immer so trockene Lippen hatte. Und seitdem kenne ich die. Das ist die Elizabeth Arden 8-Hour-Creme. Diese Creme gibt es schon seit, weiß ich nicht wie vielen, 100 Jahren. Und die ist magisch. Ich habe gerade durch die Erkältung einen super trockenen Mund. Die Lippen sind super spröde. Und diese 8-Hour-Creme, wenn du sie über Nacht drauf machst, am nächsten Tag sehen deine Lippen aus wie neu. Oder auch hier so rund um die Nase. Vom Schnauben habe ich recht trockene Haut. Oder auf den Fingern. Du kannst sie sogar auf dein Gesicht packen. Da ist sie sehr, sehr schwer. Die ist sehr verschließend, der Haut. Du musst dich dann morgens wirklich gut wieder abreinigen. Aber wenn du so trockene Stellen hast, beispielsweise eine Unreinheit hast, die jetzt abgeheilt ist. Die vielleicht so ein bisschen mehr Liebe braucht und mehr Zuneigung braucht, weil die Haut dort einfach sehr, sehr mitgenommen ist. Ist das eine Wundercreme. Ich weiß nicht, was sie da reingemacht haben. Sie ist angeblich sogar zum Shapen der Augenbrauen, also zum Formen der Augenbrauen gemacht. Um der Haut einen Schein zu geben, die trockene Hände weicher zu machen, Nägel und die Nagelhaut weicher zu kriegen. Bei kleinen Verbrennungen, bei Sonnenbränden, bei Windbränden, bei Kratzern, bei gecrackten Lippen. Also im Prinzip alles, wo du sagst, oh, da ist meine Haut so ein bisschen geschädigt, hilft diese Creme. Und ich weiß nicht, was es ist, aber diese Creme ist der Shit. Und, kleine gute Nachricht, deswegen ich auch dieses Video dieses Jahr gemacht habe. Ich arbeite ja schon lange mit LookFantastic zusammen. Und LookFantastic hat mir nochmal für dieses Video einen Rabattcode gegeben. Denn viele der Produkte, nicht alle, aber viele der Produkte gibt es auch bei LookFantastic. Und mit meinem Code könnt ihr immer das Maximum sparen. Also ab und zu gibt es ja viele Produkte im Sale. Mein Code gilt dann mit drauf. Gebt einfach am Ende den Code ein und der Code gilt auf alle möglichen Produkte on top. Ungefähr 11%. Manchmal ist es mehr on top zu bereits auch reduzierten Produkten. Ich verlinke euch alle Produkte, die ich benutzt habe, unten. Schaut da gerne mal durch. Bei LookFantastic findet ihr wirklich sehr, sehr viele verschiedene Produkte. Wollte ich einmal mit dazu sagen, weil es sich natürlich bei diesen High-End teilweise schon Luxusprodukten wirklich, wirklich lohnt. Und da man gerne mal vorbeischauen kann. Ich habe dieses Jahr nicht so wirklich einen Primer für mich entdeckt. Bei der Foundation gibt es viele, viele verschiedene, die ich euch einmal vorstellen möchte. Ich werde aber nur eine tragen, weil sie in Kombination einfach ein Traum ist. Wir starten mit BB Creams. Ihr wisst es, mein Make-up hat sich so ein bisschen verändert über das Jahr. Die Origins Skinsing Skin SPF 40 Energy Boosting Skinted Tinted Moisturizer. Was für ein Name, ist unglaublich schön. Funktioniert aber nur, wenn du eine bestimmte Hautfarbe hast. Sie passt sich so ein bisschen an. Wenn du zu hell oder zu dunkel bist, dann funktioniert es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es sie noch in mehreren Farben gibt. Ist aber ein großartiges Produkt. Gibt es seit Jahren und ist seit Jahren ein Favorit. Ich glaube sogar von Mrs. Bella. Ebenso wie etwas, was ich dieses Jahr bereits einmal nachgekauft habe und ich das nicht gedacht habe. Vielleicht erinnert ihr euch, vor einigen Jahren habe ich mir das Le Beige von Chanel gekauft. Das war das Eau de Tint Water Fresh Tint. Das kam in dieser Verpackung. Letztes Jahr kam das Touche de Tint Water Fresh Complexion Touch raus. Deutliches kleineres Packaging. 30 Milliliter, 20 Milliliter. Und jetzt ganz wichtig. Hier sind glaube ich, ich würde sagen, hier sind 90% Wasser und 10% Farbe drin. Hier ist es 50-50. Hier sind so kleine Kügelchen mit drin. Und ich habe gesehen, dass eine Brand, ich glaube es war Covergirl oder Revlon, dieses Jahr oder nächstes Jahr mit einer Alternative dazu rauskommt, werde ich so bald testen. Großartiges Produkt. Das sieht einfach schön auf der Haut aus, wenn du diesen Hauch, also die hat mehr Farbe, aber trotzdem diesen Hauch an Frische im Gesicht haben willst. So einen leichten Glow. Schon fast so, als hättest du dich einfach gut eingecremt und hättest viel Wasser getrunken. Für mich ist aber heute, dadurch, dass wir so ein Luxus-Make-up schminken wollen, ein Full-Coverage-Make-up drin. Und da ist diese Kombination ein absoluter Game-Changer. Ich weiß, bei Terry ist es unglaublich teuer, aber meiner Meinung nach, wenn man den Schritt wagt und das Geld dafür ausgibt, das Geld wert. Ich habe hier einmal das Brightening CC Serum. Ich bin ja der größte Lydia Millen-Fan, haben wir neulich schon drüber gesprochen, und sie benutzt dieses Brightening CC Serum seit 5 Jahren. Habe ich mir gekauft, ich hatte es mir in 2 verschiedenen Farben gekauft, einmal in Rose Elixier und einmal in Bronze Elixier. Ich habe mir das jetzt gemischt und das hat die perfekte Farbe bekommen. Und jetzt gibt es recht neu, gibt es aber schon eine Weile, die Terribly Densilis Foundation. Und Freunde, ihr kennt mich seit vielen, vielen Jahren wahrscheinlich. Wir können an einer Hand abzählen, wie oft ich es geschafft habe, online eine Foundation Shade zu finden, die wie Hintern auf einmal in mein Gesicht passt. Ich habe sie gefunden. Das ist die Medium Peach, die 5. Hätte ich nicht gedacht. Das ist eine sehr, sehr deckende Foundation, die schon fast matt runter trocknet. Das Farbmatch ist unglaublich. Ich habe noch nie eine so perfekt passende Foundation Farbe gefunden. Nichtsdestotrotz, nicht nur die Farbe ist das Gute, sondern sie trocknet ganz besonders runter. Und ich mische mir ein bis zwei Tropfen von diesem Serum mit rein, weil es das Ganze so ein bisschen leichter macht. Die Foundation ist recht schwer, recht dick, aber du brauchst nicht viel. Ich mische mir das gut zusammen. Es riecht nach Rose. Du musst diesen Rosenduft bei By Terry mögen. Ich glaube, in allen Produkten ist dieser Rosenduft mit drin. Aber das Finish ist so unglaublich schön. Denn, also erstmal, schaut euch die Farbe an. Zweitens, diese Foundation hält, ohne dass ich sie abgepudert habe. Ich habe sie ja jetzt schon eine Weile in Benutzung, einen Monat würde ich sagen. Ich habe sie irgendwann mal zugeschickt bekommen. Und diese Foundation sieht aus. Und wir haben das schon oft gesagt, dass etwas aussieht wie Haut. Aber am Ende des Tages hast du trotzdem immer eine Foundation drauf gehabt. Die ist vom Finish her, ich kann es ganz schwierig beschreiben, die ist recht matt, aber nicht pudrig matt. Wenn wir die Mesauda Foundation auf der Skala von trocken bis ölig optisch haben, ist die Mesauda Foundation bei einer 10. Ölig in Anführungszeichen. Diese Foundation von By Terry ist bei einer 3, die runter trocknet wie eine Haut, die nicht mit Primern und Glow-Produkten vollgekleistert wurde. Glaublich schönes Finish. Und in Kombination mit diesem Brightening CC Serum sieht das einfach noch, noch schöner aus. Und das ist das luxuriöseste Finish, was ich kenne. Das bemerkenswerteste an der Foundation ist der Dry Down. Also so, wie sie runter trocknet. Sie fixiert sich nämlich von selbst. Und zwar nicht wie... Das ist so schwierig zu beschreiben. Wenn ihr euch vorstellt, dass ihr... Sie bildet halt so eine Einheit mit der Haut und macht wie so ein Film auf die Haut. Das ist ganz, 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 ganz spannend zu sehen. Wenn sie vor allem runter trocknet, wenn ihr sie so 3, 4 Stunden drauf habt, dann kommen ja dann die hauteigenen Öle durch. Die Feuchtigkeit dringt wieder in diese Foundation ein. Und dann sieht die einfach super, super frisch aus. Ich muss dazu sagen, dadurch, dass ich halt nicht so fit bin, sieht halt alles auch irgendwie... Man fühlt sich dann auch irgendwie nicht ganz so wohl. Ich glaube, ihr kennt das. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber was sein muss, muss sein. Ich liebe diese Kombination. Wir machen auch direkt weiter mit Concealer. Und das ist, glaube ich, keine Überraschung für euch. Der Natasha Denona High Glam Concealer ist der beste Concealer des Jahres und meiner Meinung nach auch mit der beste Concealer, den es jemals gab. Er ist unglaublich deckend. Er ist unglaublich vielseitig einzusetzen. Ich habe ihn viermal in vier verschiedenen Farben. Ich mische mir manchmal noch so ein bisschen was von den Color Correctern mit rein. Die sind ein bisschen pinkstichiger. Und die sind... Ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Aber auch hier... Ich glaube, dass dieses Jahr viele Brands verstanden haben, dass Make-up nicht nur auf artistischen Looks gut aussehen sollen. Durch das Aufkommen von vielen Beauty-Creatorinnen und Creatoren und dass viele Leute sich einfach für Make-up interessieren, haben sie verstanden, dass Make-up nicht einfach nur gut zu fotografieren sein soll, sondern es muss auch im Alltag bestehen. Und durch diese filmbildenden Eigenschaften... Ich finde, filmbilden klingt immer so ein bisschen... ...schwierig oder nicht so vorteilhaft. Aber ihr müsst euch vorstellen, wenn es diesen Film bildet, der sich mit der Haut verbindet und fast schon wie so ein Stück Frischhaltefolie auf der Haut ist, die hält einfach gut und die sieht gut aus. Dieser Concealer ist feuchtigkeitsspendend. Angeblich soll der Concealer auch so ein bisschen vorbeugend sein gegen Fältchen, gegen Verfärbungen. So ein bisschen Skincare soll mit drin sein. Ist mir wurscht. Ich trage kein Make-up, damit ich eine gute Haut kriege, sondern ich trage Make-up, damit mein Make-up schön ist. Und dieser Concealer ist meiner Meinung nach einfach ein absoluter Game-Changer gewesen. Ich lasse ihn auch immer so einen kleinen Moment antrocknen, denn ich trage mir noch ein bisschen Blush auf. Und das wird jetzt ein bisschen spannend, denn das ist eine komplett andere Textur als die Foundation beispielsweise. NARS hat die Afterglow Liquid Blushes rausgebracht. Die kommen in dieser Verpackung. Die sind auf Wasserbasis, aber ich finde, dass sie einen ganz, ganz tollen Look auf der Haut haben. Gerade wenn ihr so eine etwas, ja schon fast festere Foundation tragt, so wie ich jetzt, oder wenn ihr einfach gar keine Foundation tragt. Das verschwindet so ins Nichts, aber es hinterlässt trotzdem einfach den perfekten Schein auf der Haut. Man kann es auch ruhig ein bisschen übertreiben. Entweder mit einem Pinsel einblenden oder mit einem Schwamm, so wie ich es jetzt hier mache. Aber es blendet sich so ein bisschen ins Nichts. Es hinterlässt nur so einen Hauch an Feuchtigkeit, Hauch an Blush, ohne die Foundation wegzunehmen. Wofür ich den gerne trage, ist, wenn ich gar kein Make-up trage, nur Concealer so ein bisschen, den ich jetzt gleich einmal mit ausblende. Dann ist das ein unglaublich schönes Produkt. Ich finde auch, dass man den sehr, sehr gut auf den Lippen tragen kann. Ihr könnt den sehr gut aufbauen. Er hält sehr gut. Ich finde, dass der ist nicht so Full Coverage geeignet. Dafür habe ich gleich noch einen anderen. Ich wollte ihn euch aber noch mal mit reinnehmen. Wenn ihr eher die Mäuse seid für leichteres Make-up, für so natural, glowy Make-up, ist das der Blush. Wenn ihr Gas geben wollt, habe ich noch einen anderen. Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, Maxim, wo ist dein Konturprodukt? Gibt es nicht. Ich habe nämlich gleich noch etwas anderes. Vorher möchte ich mein Make-up aber einmal fixieren. Das Huda Beauty Cherry Blossom Easy Bake Powder Cherry Blossom Cake. Da war, glaube ich, letztes Jahr auch schon mit dabei. Es ist einfach das schönste Puder. Ich finde, man braucht in der Tasche den Online Concealer nicht unbedingt setten. Ich mache es jetzt aber, weil ich recht viel Concealer verwendet habe. Ich wünsche mir, vielleicht hat Natascha das auch schon, ein Puder. Ein High Glam Puder. Muss ich mal gucken. Wird bestimmt irgendwann die, die nächsten Monate rauskommen. Ein Puder, was perfekt auf diesen Concealer angepasst ist. Ich finde, sowas müsste eigentlich eine Brand, wenn sie mit einem Concealer rauskommt, auch machen. Ich glaube aber, dass Natascha den Online selber kaum Puder benutzt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Machen sie Make-up für Make-up Artists oder für Celebrities oder machen sie Make-up für die breite Masse. Und für die breite Masse müsste man da eigentlich noch einen Puder machen. Aber es hält den unteren Augenbereich auf. Es sieht schön aus. Es funktioniert sehr gut. Es hält sehr gut. Es ist toll. Der Duft ist mittlerweile auch verflogen. Es hält echt lange. Gerade wenn man nicht so viel Puder benutzt wie ich, hält es lange. Und ich habe, glaube ich, dieses Jahr das nicht einmal nachgekauft. Ich glaube, das ist sogar noch vom vergangenen Jahr. Zum Bronzen sollte es für euch keine Überraschung sein. Ich bin so ein bisschen hin und her geschwenkt zwischen dieser Palette hier von Charlotte Tilbury, der Hollywood, der Filmstar Bronze & Glow Palette. Aber meiner Meinung nach, nein. Der Victoria Beckham Bronzer ist ein absolutes Multitasking-Produkt. Ich liebe das Finish. Es geht so schnell. Es hat die perfekte Farbe. Wenn ihr eine teurere Alternative zu dem Hattie & Love Bronzer sucht, hier ist er. Ich habe ihn in der Farbe 2. Ich finde, online sah der recht dunkel aus. Ist er am Ende des Tages nicht. Er ist ganz, 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 ganz leicht. Du kannst nicht zu viel Bronzer benutzen. Ich finde, das ist manchmal recht schwierig bei vielen Produkten, dass sie zu viel werden und dass sie zu orange werden. Du baust ihn nach und nach auf. Ich finde, das habe ich aber auch dieses Jahr erst gelernt, dass High-End Make-up eher so eine Experience ist, natürlich. Also erst mal kaufst du, gibst du viel Geld für den Namen aus, viel Geld für die Verpackung und viel Geld für das Feeling. Ich finde, manchmal ist das ganz schön und manchmal darf man sich auch was gönnen. Bei dem Bronzer fällt es mir aber auf, oder bei vielen Produkten fällt es mir auf, dass du mehr Zeit in das Produkt investieren musst. Du musst es öfter aufbauen, du musst es anders verblenden. Aber somit hast du einen längeren Kontakt mit dem Produkt. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, einen anderen Bronzer nehmen würde, da würde ich so machen, wäre fertig. Möchte ich nicht unbedingt immer. Alternativ deutlich günstiger, aber trotzdem sehr gut. Der Milk Chocolate Bronzer kann man so ein bisschen rübergeben. Der ist deutlich, deutlich wärmer. Ja, weswegen ich den von Victoria's Secret, äh, Victoria's Secret, Victoria Beckham bevorzuge, weil er recht kühl ist und sich recht gut an meine Haut anpasst. Schaut mal, es sieht ja alles sehr harmonisch jetzt aus, ne. Die Foundation passt, der Bronzer passt, der Blush ist sehr subtil. Man kann ihn ein bisschen aufbauen, man kann es leichter machen. Und es sieht einfach luxuriöser aus. Wir haben aber noch einen weiteren Blush, den ich euch gerne zeigen möchte. Ich glaube, den gibt es seit drei Jahren. Jedes Jahr in meinen High-End Favoriten. Ich habe mich dann dieses Jahr erbarmt, ihn mir wieder neu zu kaufen, weil ich hatte ihn, also als er rausgekommen ist, habe ich ihn mir gekauft. Und ich glaube, das ist sogar eines der günstigsten Natascha Denona Produkte überhaupt. Das ist der Blum, Mini Blum Blush. Der hält euch 100.000 Jahre, denn du brauchst halt fast gar nichts davon. Also du brauchst nicht viel Produkt, weil er super pigmentiert ist. Ich arbeite immer an meiner Hand. Er ist schimmernd, er ist ultra pigmentiert, passt dadurch aber auch sehr gut, wie ich finde, zu dem Bronzer, zu der Base. Er gibt nochmal so ein bisschen Bewegung mit zurück. Ich hatte ihn gekauft, er ist kaputt gegangen und ich habe bestimmt noch ein Jahr mit diesem kaputten Blush gelebt. Der kostet, glaube ich, 18 Euro dafür, dass der aber immer hält. Also wenn jemand von euch diesen Blush schon einmal leer bekommen hat, schreibt mir, ich möchte ein Beweisfoto sehen von einem leeren davon, der nicht kaputt gegangen ist und ich schicke euch ein XXL Überraschungspaket. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den als Privatperson, nicht als Megabartist, leer bekommt. Es ist frisch, es ist glowy, es ist aber nicht so speckig glowy. Ich finde, die Kombination ist sehr, 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 sehr schön und Natascha Denona ist immer noch eine der besten Marken aus dem High-End-Bereich. Ich wirpfe aber nochmal kurz rüber zu meiner Freundin Charlotte Tilbury, das Airbrush Flawless Setting Spray Party All Night, Stay All Day. Wenn ihr eine Alternative zu meinem Setting Spray sucht, mit Rival Loves Me, empfehle ich euch das hier. Der Sprühnebel ist fein, das ist eines der wenigen Fixing Sprays, die wirklich das Make-up fixieren und zwar sehr, 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 sehr lange. Hinterlassen, schön Glow, geben nochmal Feuchtigkeit mit rein. Ich habe hier nur noch die Flasche von Urban Decay. Ich benutze die von Urban Decay nicht mehr. Die sind so austrocknend, die brennen in den Augen. Das von Charlotte Tilbury hat einen feinen Sprühstoß. Es dringt richtig, also es sickert richtig schön in euer Puder mit ein. Polstert das so ein bisschen von unten auf. Es ist... Wir brauchen nicht darüber reden, dass die Produkte teuer sind. Aber es ist das beste High-End Setting Spray, was es gibt. Und jetzt seht ihr auch einfach, wie schön diese Base hier aussieht. Ich möchte einmal ganz kurz die Lippen auftragen. Und das ist eine Kombination, die ich ganz schön finde. Ich habe hier die... Natascha... Es sind eigentlich immer dieselben Brands. Natascha Denona, Charlotte Tilbury. Natascha Denona, Charlotte Tilbury sind die... Ja... Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich glaube, dass die Mäuse anders an die Produkte rangehen. Die gehen einfach mit einer anderen Expertise an die Produkte ran, als wenn sich jemand hinsetzt, der keine Ahnung von Make-up hat, aber Geld verdienen will. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt ja so Brands, wo du denkst so... Hm, die hat jetzt jemand gemacht, um Geld zu verdienen. Du hast aber einfach keine Ahnung von Make-up. Der Anspruch und die Herangehensweise an die Produkte ist nochmal was anderes. Und Natascha Denona hat diese Lip Liner rausgebracht. Die heißen einige... N-U-D-E. Habe ich in verschiedenen Farben. Aber diese kühlen Farben sind ganz krass. Und ich mag ja rote Lippen. Ich habe hier die Farbe Luna, die 4.5. Der ist schon fast... Ja, schon fast so eine Stone-Farbe. Du kriegst diesen Lip Liner nicht mehr ab. Der trocknet gleich runter. Du musst ihn recht schnell verblenden, wenn du ja so einen Übergang haben willst. Weil die wirklich extrem runter trocknen. Und dann kriegst du sie echt schwer ab. Also nur mit Wasser funktioniert nicht. Du brauchst schon etwas Ölhaltiges. Und auch dann musst du wirklich Gas... Musst du dich wirklich bemühen, sie abzumachen. Die sind... Für einen Lip Liner sind sie teuer. Aber wenn du wirklich Probleme hast, dass sie... Dass deine Lip Liner nicht lange halten. Der ist ja so schnell runtergetrocknet, dass du ihn kaum abkriegst. Und ich finde die Kombination aus so einem dunklen Lip Liner und einem roten Lippenstift unglaublich schön. Und da habe ich mich ja dieses Jahr so ein bisschen auf die Suche nach den besten roten Lippenstiften gemacht. Und ich bin bei Yves Soleroy angekommen. Bei den High-End Lippenstiften zumindest. Das ist der Rouge Pour Couture in der Farbe 401. Ich finde alle Rottöne von Yves Soleroy sehr, sehr schön. Aber das ist so mein Favorit. Unglaublich cremig. Eine unglaubliche Haltbarkeit. Und in Kombination zum dunklen Lip Liner, den ich jetzt hier gleich noch so ein bisschen ausblenden werde. Unglaublich schön. Ich finde, dass diese Lippenstifte einen ganz besonderen Glanz mit drauf haben. Erstmal, die haben alle einen sehr, sehr hohen Blauanteil. In der Formulierung, sodass die Zähne immer sehr schön weiß aussehen. Sie halten sehr gut für einen cremigen Lippenstift. Und haben halt diesen ganz besonderen Glanz. Du kannst auch hier einfach einmal raufbeißen. Dann nimmst du ein bisschen überschüssiges Produkt ab. Und hast einfach... Oh, schaut euch das an. Ich liebe roten Lippenstift, ne? Wow. Wir hüpfen aber jetzt noch einmal kurz zu den Augen. Und da habe ich dieses Jahr, glaube ich, über keine Lidschattenpalette so geschwärmt wie über diese hier von der guten Natascha. Natascha, auch hier wieder ganz vorne mit dabei. Das ist die I Needle NUDE Palette. In diesem wunderwunderschönen Packaging. Die Farben sind schon fast langweilig, aber einfach perfekt. Ich schminke jetzt auch wirklich den langweiligsten Look, weil ich natürlich schon so viel auf meinen Lippen habe. Aber wenn ihr diese soften Glam Make-Up Looks haben wollt, ist das die richtige Palette. Die sind nicht zu warm. Das ist die perfekte Mischung zwischen warmen und kalten Lidschatten. Der hält sogar an meinem Finger. Das ist die perfekte Kombination zwischen warmen und kalten Farben. Gerade perfekt, wenn ihr so genau dazwischen seid. Oder wenn ihr vielleicht etwas mehr Haut an eurem Augenlid habt, um euer Auge so ein bisschen zu kaschieren. Dann sind das die perfekten Farben, weil sie so einen natürlichen Schatten haben. Oder um die Nase zu konturieren. Oder um eure Gesichter zu konturieren. Ihr habt Highlighter Farben mit drin. Ihr habt einfach... Ich gucke mal, dass ich euch das Video verlinke. Generell alle Videos, die ich zu einzelnen Produkten gemacht habe, suche ich euch mal raus und verlinke sie euch unten. Ich hoffe, ich denke dran. Hast du hier die schönste Farbabgabe. Natasha Denona Paletten sind auch hier natürlich teuer. Aber meiner Meinung nach sind Natasha Denona Paletten die einzigen Lidschatten Paletten, die... Also aus dem High-End Bereich, die wirklich ihr Geld wert sind. Weil sie wirklich gut halten. Du hast sehr, sehr schöne Color Stories mit drin. Die sehr gut miteinander kombinieren. Es gibt eine Palette, mit der ich nicht so d'accord bin. Das ist diese Xenon Palette. Die ist mir einfach zu dunkel. Die sind mir einfach zu viele Schwanztöne mit drin. Aber wenn das so dein Farbschema ist, feel free. Ich nehme jetzt die Farbe Tender. Presse mir die auf mein bewegliches Lid. Und dann war es das auch schon. Das ist so ein klassischer Look, den ich dieses Jahr wirklich rauf und runter getragen habe. Gerade wenn ich viel gedreht habe. Diese ganz, 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 ganz simplen monochromen Looks. Matt auf dem Auge. Ohne Schimmer. Ein bisschen hier unten. Reicht. Ich möchte nicht mehr... Hier eventuell kannst du noch ein bisschen Silhouette hier mit hinten reingeben, um ein bisschen Tiefe zu haben. Ist ein bisschen wärmer. Wärmt den Bereich hier hinten nochmal gut auf. Vertieft ihn auch nochmal. Und dann bist du good to go. Brauchst nicht viel. Hast keine Probleme. Und die Farben sind sehr vergebend, wenn du nicht so viel Lust und Zeit hast, so wie ich den Gliedschatten 4 auszublenden. Bei der Mascara fiel es mir ehrlich gesagt sehr, 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 sehr schwer, mich für eine High-End-Mascara zu entscheiden. Ich muss dazu sagen, ich hatte zwei zur Auswahl. Einmal die von YSL. Die Lash Clash Mascara. Allerdings nur, weil die Farbe so toll ist. Das ist ein fast perfektes Braun. Ich suche ja die perfekte braune Mascara. Habe sie immer noch nicht so richtig gefunden. Das Braun ist perfekt. Ich mag die Formulierung nicht. Die ist sehr, 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 sehr klumpig. Die ist sehr, 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 sehr dick. Aber die Farbe ist gut. Auf der anderen Seite habe ich die... Ich traue mich schon fast gar nicht zu sagen. Deswegen, ich würde euch niemals sagen, kauft euch diese Mascara. Ich wollte sie jetzt einfach hier nur mit reinnehmen, weil sie so ein bisschen stellvertretend für meine verzweifelte Suche nach einer braunen Mascara ist. Und zwar von Hermès. Die Mascara, die haben nur eine. Eine Formulierung in Brun Bistre. Sehr, sehr feines Bürstchen. Sehr, sehr schöne Farbe. Unglaubliche Verlängerung. Niemals. 96 Euro wert. Und ich finde, wir sind unserem Ziel auszusehen wie eine sehr wohlhabende Dame von dem Maximilianplatz. Einen deutlichen Schritt näher gekommen. Das ist mein, ja ich würde schon sagen, so einer der klassischsten Looks, die ich dieses Jahr geschminkt habe. Wenig auf den Augen. Eine starke rote Lippe. Kühlere Farben. Nicht mehr so schrill. Nicht mehr so bunt. Genau das, was ich liebe. Ich bin sehr gespannt, welche High-End-Favoriten ihr dieses Jahr habt. Und wenn euch eins dieser Produkte vielleicht interessiert hat, schaut unbedingt bei Look Fantastic einmal vorbei. Mit meinem Rabatcode könnt ihr immer das Maximum auf die Produkte sparen. Egal, ob bereits reduziert oder nicht reduziert. Ich verlinke euch alles unten. Schaut dort einmal gerne vorbei. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich wünsche euch, falls ihr uns, doch wir sehen uns glaube ich noch einmal. Nichtsdestotrotz schon mal wundervolle Feiertage. Bis zum nächsten Mal.